Was ist eine Spinalstenose und welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Stenos heißt eng, also eine Stenose ist eine Verengung und Spinal ist alles, was zur Wirbelsäule gehört. Also eine Spinalstenose ist eine Wirbelkanaleinengung. Und durch den Wirbelkanal zieht an der Halswirbelsäule und der Brustwirbelsäule das Rückenmark und an der Lendenwirbelsäule eben in Verlängerung des Rückenmarks noch von der Rückenmarkhaut umgeben die weiterhin unterziehenden Nervenwurzeln, die dann, hier haben wir das Modell wieder, zwischen den einzelnen Nerven durch die Nervenaustrisskanäle, nennen wir Foramina, Foramen ist das Loch, Nerven aus das Loch hinausziehen und draußen wieder sich zu den großen Nerven wie dem Ischiasnerven verbinden. Wenn der Wirbelkanal eingeengt ist, dann bedrängt er halt in der Lendenwirbelsäule die Nerven, in der Halswirbelsäule das Rückenmark. Reden wir erstmal wie Lendenwirbelsäule. Eine Spinalkanalstenose ist das eigentlich eine typische Erkrankung des älteren Menschen. Jüngere Menschen haben sowas nicht. Die haben eher die frischen Bandscheibenvorfälle. Wenn die Bandscheibe im Laufe des Lebens mehr und mehr degeneriert, wird sie auch schmaler und die Belastung der Bandscheibe und des Knochens und vor allem der Wirbelgelenke hinten ist eine ganz andere. Die Wirbelgelenke sind stärker belastet. Und auf all diese Belastung reagieren sowohl die Wirbelkörper als auch die Wirbelgelenke mit Strukturveränderung. Der Knochen verändert sich. Es gibt sogenannte Knochenappositionen. Das sind Knochenverdickungen oder Knochenanlagerungen an den Wirbelgelenken und den Wirbelkörpern. Und die sind dann entweder nach außen. Die Wirbelgelenke können sich ganz stark nach außen vom Wirbelkanal verengen oder auch zum Wirbelkanal hin. Und da wird es dann interessant. Alles, was der Körper so auf eine gewisse Segmentinstabilität als Reaktion aufbaut, indem er die Knochen verdickt und die Wirbelgelenke stärker macht und dicker macht, das hat den Preis der Verengung des Wirbelkanals. Und irgendwann führt es dann dazu, dass die Nerven komprimiert werden, also eingeengt werden und bedrängt werden. Und wenn das an der Lendenwirbelsäule der Fall ist, dann gibt es da eine typische Erkrankung und die betrifft viele ältere Menschen. Die nennen wir die Claudicatio spinalis, also die Wirbelsäulen, das wirbelsäulenbedingte Hinken. Die Patienten oder die Menschen gehen ein paar Schritte, meinetwegen 50, 100 Meter, und dann merken sie Schmerzen im Rücken, der in die Beine ausstrahlt. Wenn es schlimmer wird, gibt es auch Taubheitsgefühle in den Beinen oder sogar gewisse Schwächegefühle in den Beinen. Das kann einseitig sein, häufig auch zweiseitig, aber häufig seitenbetont. Und dann bleiben sie stehen und erholen sich erstmal, bücken sie sich ein bisschen nach vorne, weil dann der Wirbelkanal ein bisschen weiter wird und dann können sie weitergehen. Typischerweise können solche Patienten lange Strecken Fahrrad fahren, weil da die Wirbelsäule nach vorne gebeugt ist und der Wirbelkanal nicht so eng ist. Das ist die Wirbelkanalstenose und die kann man auch entsprechend behandeln. Bei der Halswirbelsäule hat es eine ähnliche Ursache. Da kann die Erkrankung dann noch dramatischer sein, weil dann das Rückenmark eingeengt ist und dann kriegt man so die Symptome einer inkompletten, also sehr unvollständigen Querschnittlähmung oder Querschnittsymptome. Die Patienten können Schmerzen in den Händen, in den Fingern haben, auch so Brennschmerzen oder auch Koordinationsstörungen in den Händen oder auch Lähmungen, aber eben auch Schmerzen in den Beinen. Gehstörungen, das ist ganz typisch, so Gangunsicherheit. Auch dann eine beginnende Spastik in den Beinen, das kann man an den Reflexen, an der Untersuchung feststellen. Und sowas sollte man dann schon in dem Fall operativ behandeln. Da würde ich nicht mehr für die konservative Therapie plädieren, sondern da wird es eine klare Operationsindikation. Die konservative Therapie der Wirbelkanalstenose, also Wirbelkanal-Eingung, ich rede jetzt über die Lendenwirbelsäule, ist zunächst mal ähnlich wie bei den sonstigen Rückenschmerzen, auch bei anscheinbedingten Rückenschmerzen. Also eben die Krankengymnastik, die Bewegungstherapie, auch die Rumpfmuskulatur aufbauende Therapie, Schmerztherapie natürlich mit Schmerzmedikamenten, auch Antiphlogistika, also Ibuprofen, Diclofenac oder Analgetika wie Paracetamol, Metamizol. Und man kann auch lokale Schmerzspritzen an den Rücken oder an den Wirbelkanal, hin dann an die Nervenwurzeln geben. Man muss wissen, dass das den Wirbelkanal in keiner Weise erweitert, denn der ist durch verdickte Bänder und verdickten Knochen eingeengt. Das heißt, die konservative Therapie kann bei einigen Patienten eine gewisse Zeit helfen. Viele Patienten werden dann doch irgendwann operiert werden müssen. Und es hat sich in letzter Zeit in großen Studien gezeigt, dass die operative Therapie der Wirbelkanalstenose, der Lendenwirbelsäule, der konservativen Therapie nicht nur kurzfristig, sondern auch auf Dauer überlegen ist. Die operative Therapie der Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule besteht darin, eben diese Verengung wieder wegzunehmen. Wobei es da sehr, wie bei jeder Operation darauf ankommt, aber hier auch ganz besonders auf die Gründlichkeit und auf die Vorsicht. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir stabilisierende Elemente der Lendenwirbelsäule nicht verletzen. Dazu gehören im Wesentlichen natürlich die Wirbelgelenke. Der Zugang ist eigentlich der gleiche wie bei dem Bandscheibenvorfall. Man geht heutzutage eigentlich typischerweise, die meisten, soweit ich weiß, machen das so, dass sie von einer Seite rangehen, Muskulatur beiseite schieben, kleine Sperre einsetzen und zwischen den Wirbelbögen, wobei man von den Wirbelbögen ein bisschen Knochen wegnehmen kann, um den Zugang zu erweitern, Richtung Wirbelkanal gehen. Sich dann wiederum die Nervenwurzeln, auch die Rückenmarkhaut, freilegen und dann alles schön dekomprimieren, also vom Druck befreien. Dann muss man fräsen oder stanzen zur Seite hin. Man kann auch über die Mittellinie zur Gegenseite kommen, je nachdem, ob der Patient auch auf der Gegenseite Schmerzen hat. Die Nerven freimachen und gucken, dass man das Wirbelgelenk heilen lässt. Das ist oftmals nicht so einfach, weil ja gerade vom Wirbelgelenk unter anderem diese Kompression ausgeht von dem verdickten Wirbelgelenk. Wenn man also am Wirbelgelenk nun fräst und stanzt, kann man das Wirbelgelenk verletzen und damit das verursachen, was man nicht möchte, nämlich eine gewisse Destabilisierung der Wirbelsäule. Das muss man dann sehen. Also viele Patienten können es über lange Zeit durchaus ertragen, dass ein Wirbelgelenk verletzt ist. Und gerade bei älteren Patienten spielt das häufig, aus meiner Erfahrung, keine entscheidende Rolle. Wenn es aber so ist, und jetzt wäre eigentlich schon ein nächster Schritt, dass die, komme ich schon fast zur nächsten Krankheit, dass die Patienten einen solchen starken Wirbelgelenkverschleiß haben und einen so starken Bandschamverschleiß, dass sie auch schon ein gewisses degeneratives Wirbelgleiten haben, dass also ein Wirbel gegenüber dem anderen ein bisschen nach vorne gerutscht ist, dann muss man auch nicht immer gleich eine Stabilisierung oder Fusionierung, also wie man so sagt, Versteifung, ich mag das Wort nicht so gerne, was sich so pathologisch anhört, der Wirbelsäule durchführen. Man kann dann auch, wenn im Wesentlichen Beinschmerzen vorhanden sind, die Nerven befreien. Aber wenn die Rückenschmerzen deutlich im Vordergrund stehen, dann ist das auch ein deutliches Indiz dafür, dass auch eine gewisse Segmentinstabilität da ist, dass man dann vielleicht auch sogar primär eine solche Stabilisierungsoperation der Wirbelsäule durchführen sollte. Also von Patient zu Patient unterschiedlich. Es geht um die Befreiung des Wirbelkanals und des Wirbelaustrittskanals und damit der Nerven. Wenn es nicht sein muss, muss man nicht stabilisieren, wenn also Beinschmerzen im Vordergrund stehen und damit die Nervenschmerzen. Wenn Rückenschmerzen sehr deutlich im Vordergrund stehen, würde man überlegen, vielleicht zeitgleich auch zu stabilisieren. Es kann durchaus sein, dass man erstmal die Beinschmerzen wegnimmt durch eine Dekompression. Wenn Patienten später im gleichen Segment eine gewisse Instabilität bekommen, dann kann man auch später noch eine solche Stabilisierungs- und Fusinierungsoperation durchführen. Das muss man nicht gleich alles auf einmal machen. Ich neige gern dazu und ich glaube, ich habe damit eine gute Erfahrung bei Patienten, die im Wesentlichen Schmerzen in den Beinen haben und wenig Rückenschmerzen, eine reine Dekompressionsoperation zu machen und nicht gleich eine Instrumentierung, also eine Stabilisierung der Wirbelsäule. Zur Spenalkonatische Nose an der Halswirbelsäule. Das ist eine von der Ursache her vergleichbare Krankheit wie eine Lendenwirbelsäule. Die Therapie ist natürlich auch ähnlich. Man muss das Rückenmark, also das Rückenmark im Wirbelkanal und die abgehenden Nervenwurzeln freimachen. Zunächst mal prinzipiell eines zu all dem, was ich jetzt sage oder was ich auch gesagt habe. Operieren soll man und muss man nur dann, wenn auch entsprechende Symptome bestehen. Wenn Patienten mit einer Stenose der Lendenwirbelsäule oder Halswirbelsäule ins Krankenhaus kommen oder zu mir an die Sprechstunde kommen und haben keine entsprechenden Symptome, auch wenn die Stenose oder auch ein Bandscheibenvorfall groß und stark sind, dann muss man nicht operieren. Das ist das Alte, was ich schon im Studium gelernt habe. Wir operieren keine Bilder, wir wollen keine Röntgenbild- oder MRT-Bildbeschönigung machen, sondern wir wollen leidende Patienten behandeln und operieren und bei Bedarf operieren. Also operieren soll und muss man nur dann, wenn eine konservative Therapie nichts hilft über sechs bis acht Wochen, beziehungsweise wenn entsprechende neurologische Störungen da sind. Bei der Stenose, also der Wirbelkanalverengung der Halswirbelsäule, sind solche Störungen eben wie genannt die Schmerzen der Arme oder auch eine Spastik oder Lähmungen der Arme und Beine, die ganz Gefühlsstörungen entsprechend, Gehstörungen, die unterschiedlich stark ausgefallen sein können. Es ist, auch darüber können sich Gelehrten streiten, aber es ist, so sehe ich das auch, er weiterhin indiziert, eine Spinalknatschenlose der Halswirbelsäule dann zu operieren, wenn Symptome da sind. Also wenn klinische Hinweise einer Rückenmarkkompression da sind, und die kriegt man bei einer gründlichen klinischen Untersuchung raus, dann sehe ich die Operationsindikation. Wenn die nicht da sind, dann muss man das nicht machen. Finde ich, sollte man auch nicht machen. Ich erlebe in der letzten Zeit, und das sollte man auch noch ergänzen, leider immer wieder Patienten, die so klare Symptome haben und die im Rahmen des ganzen Geredes, die letzten zwei Jahre darüber, es wird zu viel operiert, abgeschrocken sind, sich operieren zu lassen. Und ich erlebe leider jetzt häufiger Patienten, denen ich ganz klar zu ihrer Sicherheit eine Operation empfehlen würde und die davor abgeschreckt sind und sich nicht operieren lassen. Das finde ich bedauerlich und man muss dieses ganze Thema, das wichtig ist sicherlich, aber muss man insgesamt ehrlicher gestalten und deutlich mehr differenzieren. Es gibt Wirbelsäulenerkrankungen, wie die Zervikale, das heißt zur Halswirbelsäule gehöre ich, die Zervikale Myelopathie, das ist also das Rückenmarkleiden der Halswirbelsäule, durch Wirbelkanalverengung. Wenn das symptomatisch ist, wenn das da ist, dann muss man operieren. Und da geht es darum, man kann entweder, jetzt zeige ich dir das Modell nochmal, von hinten das Rückenmark befreien oder von vorne, indem man die Bandscheiben entfernt und dann der Knochen, der von den Wirbelkörpern und auch Bandscheiben kommt und das Rückenmark bedrängt, entfernt und dann wiederum Cages in die Bandscheiben einsetzt. Oder wenn es eine sehr starke Verengung ist, würde man vielleicht auch mal einen Wirbelkörper entfernen, je nachdem, wie die Bilder aussehen. Die meisten Kollegen operieren eher von vorne, weil häufig die Kompression von vorne, von den Bandscheiben kommt, aber einige operieren auch von hinten oder eben von vorne und hinten, je nachdem, wie das Bild ausschaut und wie die Kompression ist. Und dann wird das eben alles wiederum, wie bei der Lendenwirbelsäule, miteinander fusioniert, indem man Cage und Knochen reingesetzt wird, bei Bedarf auch eine Platte von Wirbelkörper zu Wirbelkörper gesetzt wird. Eine Stabilisierung und Fusionierung der Wirbelsäule, im Volksmund auch von vielen Kollegen häufig als Versteifung bezeichnet, kann man auf unterschiedliche Weise durchführen. Ich kann jetzt nicht auf alle, oder müssen nicht auf alle Möglichkeiten eingehen. Es geht im Wesentlichen darum, dass man die Wirbelkörper miteinander fest verbindet. Das kann man, meistens macht man es von hinten, gerade bei älteren Patienten, indem man durch die sogenannten Bogenwurzeln, das sind die sogenannten Pedikel, von hinten schrauben, hineindreht bis zum Wirbelkörper, auf beiden Seiten, in beiden benachbarten Wirbeln. Oder in drei Wirbeln, je nachdem, wie weit man diese sogenannte Fusions-, also Stabilisierungsstrecke machen muss. Das ist das eine. Sehr häufig wird dann auch die Bandscheibe entfernt, und dann wird ein sogenannter Cage, das ist so ein Körbchen, oder so ein kräftiger Ring, zwischen, so ein Bandscheibenersatz, zwischen die Bandscheiben gelegt, körperigener Knochen, den ich ja von den Gelenken, von den Bögen bekomme, wird ebenfalls reingetan, damit alles miteinander verknöchern kann. Denn das wirkliche Ziel einer solchen Fusionierung ist, dass die Wirbel miteinander knöchern, verwachsen, und insofern praktisch ein Blockwirbel bilden, dann kann später auch keine Schraubenlockerung oder Schraubenbruch resultieren. Also Ziel ist, beides miteinander zu verbinden, mit sogenannten Pedikelschrauben, die natürlich mit Stäben miteinander verbunden werden, und mit einem sogenannten Cage zwischen den Wirbelkörpern, Knochen muss angelagert werden, zwischen die Wirbelkörper oder auch hinten an die Wirbelgelenke heran, damit alles verknöchern kann. Das dauert dann so, typischerweise ein halbes bis ein Jahr, von Patient zu Patient sehr unterschiedlich, bis alles miteinander verknöchert ist, und dann hat das Segment Ruhe. Wichtig natürlich auch bei diesen Operationen, wir reden noch über Stenose-Oportionen, dass die Nerven freigemacht worden sind, und eben die Wirbelkörper miteinander schön verbunden sind. Dann sollten, wenn alles gut verläuft, und man ein bisschen Glück hat, das gehört immer dazu, sowohl die Rückenschmerzen, als die ausstrahlenden Schmerzen in den Beinen zurückgehen. Wir reden über 100%, sage ich zu keinem Patienten. Wir reden darüber, dass zu einem Gutteil die Schmerzen zurückgehen, und das Leben wieder lebenswert wird. Kein Wirbelsäunen-Jururg redet davon, dass er die Schmerzen zu 100% wegnehmt. Das wäre ein bisschen zu optimistisch. Aber den meisten Patienten geht es auch nicht darum. Die Patienten sind sehr realistisch, in den meisten Fällen. Die Frage nach der Bewegungsanschränkung, nach einer solchen Fusionsoperation, die über ein Segment oder mehrere Segmente, je nachdem, was erforderlich ist, durchgeführt werden kann. Ich habe noch niemals eine Patientin oder einen Patienten erlebt, die mir später gesagt haben, ich kann mich seitdem schlechter bewegen als vorher. Noch nie. Das hat verschiedene Gründe. Erstmal haben wir viele Segmente, die sich bewegen. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Patienten, wir machen das ja nicht aus Spaß, wir machen das, weil die Patienten starke, länger dauernde Schmerzen haben. Und diese Patienten bewegen sich ja wegen ihrer Schmerzen kaum. Und in dem Segment, das wir stabilisieren, wir reden zwar von einem gewissen Segment Mikroinstabilität, das heißt aber nicht, dass die Wirbelsäule instabil ist und irgendwas droht. Das ist nur eine gewisse pathologische Beweglichkeit in dem Segment, die dann an den Wirbelgelenken, an der Bandscheibe wehtut. Aber die Segmente, die wir fusionieren und stabilisieren, haben typischerweise schon vorher keine nennenswerte Bedeutung, in der Bewegung der Wirbelsäule. In diesen Segmenten bewegen die Patienten eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich habe es noch nie gemerkt, dass Patienten dann später darunter leiden, dass sie weniger beweglich sind. Typischerweise geht der Schmerz zurück bei den meisten Patienten wirklich sehr gut und allein durch den Schmerzrückgang wird die Beweglichkeit wieder besser. Beweglichkeit und Beweglichkeit und Beweglichkeit von momen